hallo freunde beim letzten gefechtsberichts video von panzerkampfwagen 4 war die bedienung gestellt worden von mir 1000 daumen hoch innerhalb einer woche zu erreichen unmittelbar darauf setze ich mich gleich an ein neues gefechtsberichts video und diesmal hat uns nach nordafrika verschlagen das afrikakor die abteilung 1a berichtet über den panzerkampfwagen 4 am 11 august 1942 taktische erfahrungen und änderungsvorschläge für den panzerkampfwagen 4 mit der 7,5 cm kwk l 43 l 43 das ist schon die lange kanone gewesen 7,5 cm noch nicht die längste die längste wird dann l 48 sein die wird noch ein stückchen länger sein aber das ist nicht mehr diese stummelkanone erstens vom ersten einsatz ab hat sich die kanone mit ihrer hohen durchschlagskraft und treffgenauigkeit allen bisher im panzerkampfwagen 4 eingebauten waffen überlegen gezeigt die panzergranate durchschlägt auf 1500 meter sämtliche auf dem afrikanischen kriegsschauplatz verwendeten amerikanischen und englischen panzertypen auch den pilot pilot ist der m3 lee darüber lässt die treffgenauigkeit nach schlechte zielbeobachtung infolge des flimmern es ist klar wie wir kennen das in der wüste über dem heißen boden steigt die luft und flimmert so verursacht luft flimmern bei klarer sicht wurde auch bis 2000 meter gegen die leichten panzertypen vernichtende wirkung erzielt zweitens sehr bald war der wagen beim gegner als besonders gefährlich bekannt und zog in folge seiner markanten form das zusammengefasste feuer von fliegern artillerie und pack auf sich also ein großes fahrendes ziel das ist auch immer was was ich sage panzer ist einfach nur ein großes fahrendes ziel man ist niemals sicher in einem panzer es ist daher notwendig diese panzerkampfwagen durch fünf zentimeter wagen abzudecken damit sind die panzerkampfwagen drei gemeint mit fünf zentimeter kampfwagen kanone allgemein erst beim auftreten lohnen der ziele zum beispiel piloten soll er in den feuerkampf eingreifen der m3 lee zwar als schrecklicher panzer in die geschichte eingegangen war aber noch auf dem afrikanischen kriegsschauplatz als einer der stärker gepanzerten maschinen der flankenschutz wird dann besonders wichtig es erscheint daher nicht zweckmäßig die wagen stets geschlossen einzusetzen zuteilung zu spät trupps und einsatz zum flankenschutz ist zu unterlassen dafür ist der panzer einfach zu schade es kommen nur schwerpunkt aufgaben in frage also wirklich einsetzen wenn irgendwelche m3 lee zu sehen dann dann l 43 panzer 4 antreten lassen sonst könnte man immer sonst so ein panzer verlieren es viertens es ist meist falsch aus einer stellung mehr als einige schüsse abzugeben weil das mündungsfeuer und die besonders große staubentwicklung das zusammengefasste feuer der gegnerischen artillerie sehr schnell auf sich zieht der panzer hat eine mündungsbremse und durch die mündungsbremse wird ein teil der schussgase in die seiten abgeleitet und verwirbelt sehr viel staub auf und dadurch ist der panzer wirklich auf viele kilometer sichtbar und artillerie beobachter sieht es gleich und meldet der schuss kam von da artillerie koordinaten sowieso beschuss und schwere artillerie schießt dann auf diese koordinaten wo der panzer steht das bedeutet er muss das sehr schnell abhauen ein zwei schuss vielleicht drei vier schuss abgeben und dann schnell abhauen wenn er geortet wird kommt die schwere artillerie und es gibt wenige chancen zum überleben fünftens der panzerkampfwagen 4 spezial ist nicht als führer fahrzeug einzuteilen doch ist ausstattung mit empfänger und sender anzustreben hier ist das funkgerät gemeint dass er nicht nur empfangen kann sondern auch mal eine meldung ausgeben kann das war damals noch nicht üblich noch nicht bei allen panzern solange die wagen in dieser geringen zahl vorhanden sind ist es notwendig ihnen während des gefechts durch gepanzerte fahrzeuge munition zuzuführen die divisionen prüfen die möglichkeit der munitionsversorgung dieser panzer mit karäten mtw oder anderen gepanzerten fahrzeugen siebtens mündungsfeuer und staub erschweren die schussbeobachtung besonders auf dem wüstenboden bisher hat sich das weit über den buck hinausragende rohr auch im durchschnittlichen gelände nicht als nachteilig erwiesen bei ausschreibungen für neue panzer wurde hingeschrieben die anforderungen dass die kanone nicht über den buck hinausragen soll wenn man hier den panzer hat das praktisch die kanone nicht so drüber steht sondern irgendwo hier endet wo der buck ist weil man befürchtet hatte dass die kanone beim fahren durch die gräben mit der kanone irgendwo im boden stecken bleibt für das laufwerk ist eine weichere federung erwünscht um die groben stöße in steinigem gelände zu unterbinden ja natürlich wird man jetzt nicht ein neues fahrwerk für den panzer 4 entwickeln das ist klar zehntens am turmdach verstärkung der panzerplatten und verstärkung des panzerkasten oberteils geschoss abweise auf dem turmdach zum schutze der kommandantenkuppel 11 anbringen einer vor der unterstützung für das rohr in gesenktem zustand nach möglichkeit soll diese rohr zurung von innen lösbar sein damit bis zum letzten augenblick mit gezurrten rohr gefahren werden kann grund durch ruckartige stöße ist das vibrieren des rohrers so stark dass die führungsringe im panzerrohr ausschlagen und das natürlich ein problem das erst mit einer langen kanone kommt und je länger die kanone umso größer wird das problem 12 anbringen eines weiteren ventilators zum besseren und schnelleren abzug der pulvergase dieses problem hatten auch ständig die sowjets auch in ihren panzer ständig wurden zusätzliche ventilatoren gefordert klar bei intensiven beschuss ist der innenraum einfach schnell vergast durch pulvergase grund in folge der pulvergase ist eine beobachtung aus dem seeschlitz fast unmöglich außerdem belästigt der scharfe geruch der abziehenden pulvergase die besatzung erheblich empfindliche leute neigen zu brechreiz aus dem gleichen grund ist eine schnelle entfernung der hülsen aus dem kampfraum erforderlich ich habe gehört dass sogar manche panzer soldaten ihr bewusstsein verloren beim intensiven beschuss im februar wurde das panzerregiment fünf nach tripolis in libyen verlegt mit 20 panzerkampfwagen vier davon brannten drei durch ein feuer an bord des schiffes aus im april 41 weitere 20 panzerkampfwagen vier im panzerregiment acht der 15 panzerdivision panzerabteilung 190 mit vier panzerkampfwagen vier im november 1942 nach afrika verlegt zwei panzer wurden dabei versenkt insgesamt hat man sechs panzer abgeschickt zwei versenkt vier sind angekommen panzerregiment sieben der zehnten panzerdivision mit acht panzerkampfwagen vier zwölf weitere wurden versenkt wir sehen steigende verluste der panzer ohne fein berührung bereits auf dem transportweg im november dezember 42 so am 26 juni 1944 fand ein führervortrag statt und da wurde diskutiert ob man die panzerkampfwagen vier fertig und komplett einstellen soll und stattdessen die sturmgeschütze weiter produzieren soll der vorteil wäre natürlich sturmgeschütz hat zwar keinen turm ist aber deutlich günstiger und hier wäre sogar die leistungsstärkere l70 kanone möglich also das ist die kanone die im panter drin war hier wäre diese verwendung dieser kanone möglich ja dann noch mehr durchschlag gehabt als die l 48 so und der verteidiger von panzerkampfwagen vier war der general heinz guderian und zwar sprach er folgendes erstens alle vorliegenden truppenerfahrungen sprechen sich eindeutig dahingehend aus dass panzerkampfwagen vier mit drehbarem turm bei den panzerverbänden zum einsatz blablabla innerhalb der panz des der panzerregimente beim dem sturmgeschütz vorgezogen wird also panzer mit turm ist eben flexibler und wird natürlich dem sturmgeschütz vorgezogen zweitens alle bisher aufgetretenen feindlichen panzer und sturmgeschütz typen sind mit unseren derzeitigen panzerbrechenden waffen einschließlich 7,5 cm l 48 abzuschießen also die 7,5 cm l 48 kanone konnte immer noch alle ziele bekämpfen auf die gängigen die gängigen kampfdistanzen das war juni 44 ein umstellen der fertigung panzer 4 auf sturmgeschütz würde zufolge haben dass nachschub abteilung auf sturmgeschützten bestimmen ist also an der front werden ständig panzer verloren die verluste müssen ständig ausgeglichen werden damit man genügend panzer hat so und wenn man jetzt einen panzer 4 nicht mehr verfertigt muss man diesen verlust irgendwie durch eine andere technik art ausgleichen panzer 4 nachschub aus sturmgeschützen bestehen müsste weil der panther wird noch nicht in ausreichender menge gebaut wie denn auch muss man fragen hier an der stelle der panther ist auch deutlich teurer als panzer 4 und komplexer denn kann man gar nicht in der gleichen stütz zahl bauen wie den panzer kampfwagen 4 das heißt es war hier gar nicht möglich also er sagt dass praktisch dieser ausgleich in sturmgeschützen passieren müsste was natürlich den einsatz einschränken würde und bis solange bis der panther in ausreichender menge gebaut werden kann was nicht passieren konnte weil das einfach nicht möglich war technisch der panther zu teuer zu kompliziert die panther produktion müsste auf ungefähr 900 panther im monat gesteigert werden ja der panzer kampfwagen 4 mit der kwk 40 e l 43 oder l 48 vor allem war natürlich dem t 34 76 überlegen und auch dem m4 schermann mit der 7,5 cm kanone jedoch schreibt waffenprüfamt 1 5 oktober 1944 bereits dass nach seit dem auftreten der neuesten feindpanzer t 34 85 kw 85 und js 122 damit ist der is 2 gemeint so wie dem schermann mit der 76 mm kanone im 1 1 die lange 76 kanone von schermann wie in dem film fury zu sehen oder 17 pfünder das ist der britische umbau schermann firefly bekannt oder schermann wie sie seitdem ist der panzer kampfwagen 4 unterlegen das stimmt natürlich nicht ganz weil der t 34 85 zum beispiel konnte trotzdem mit dem panzer 4 mit der kwk 40 jederzeit vernichtet werden weil die kwk über 100 mm durchschlag hatte mit normaler panzer granate und der t 34 85 an der wanne 45 mm panzerung hatte zwar unter einer starken neigung aber nur 45 mm und der turm war 90 mm also da konnte der panzer 4 trotzdem überall durchkommen das ding war nur dass der t 34 85 jetzt auch den panzer 4 durchschlagen konnte was vorher mit dem t 34 76 nur am turm möglich war weil der turm noch immer noch 50 mm dick war während die wanne dann auf 80 mm verstärkt wurde da konnte der t 34 76 nicht mehr durchkommen so also die waren sozusagen fast unverwundbar vorher und jetzt mit dem t 34 85 waren sie nicht mehr unverwundbar mit dem panzer 4 und der kw 85 hatte 75 mm panzerung ok da war diese platte an der oberwanne die war stark angeneigt aber die unterwanne war verwundbar dann war die stahl angeneigte fläche bei dem fahrer bei dem fahrersitz schlitz und der turm das war auch 90 mm also jederzeit mit tiefen mit einem kwk mit 7,5 cm kwk 40 zum durchschlagen auf die gängigen kampfdistanzen was anderes ist natürlich der js 122 also js ist josef stalin 122 bezieht sich aufs kaliber der kanone 120 mm und wir sagen eigentlich es also iosiv von russischen iosiv stalin 122 also der erste war mit deiner 85 mm also es 1 85 mm es 2 122 schermann firefly von der panzerung her nicht der hit also panzerung ganz normal dünn wie bei jedem anderen schermann auch zu penetrieren jederzeit mit der kwk 40 also absolut nicht unterlegen sondern halt ebenbürtig ja jetzt kann der schermann der 17 pfünder mit der 17 pfünder kanone schermann firefly oder der langen 76 mm m1 a1 kanone auch dem panzerkampfwagen 4w tun und vorher war das mit der kurzen 75 mm kanone halt nur begrenzt möglich nur am turm und jetzt waren das sagen wir ausgeglichene gegner also nicht unterlegen wie hier waffenprüf amt schreibt außer man hat man ja es kommt meistens auf die positionen an und menge wie viele panzer man hat wenn sie natürlich in überzahl kommen dann hast du halt pech und je nachdem wie die besatzung ausgebildet ist natürlich weil letztens die rede von einem m3 lee war aber jetzt noch was dazu gefunden bei der operation sonnenblume 1942 also in afrika bericht vom panzerregiment 8 die wirkung unserer waffen gegen den amerikanischen mark 3 pilot also m3 lee in den britischen vorschriften bekannt geworden unter der bezeichnung grant 1 erstens wirkung der fünf zentimeter kwk vom panzerkampfwagen 3 ist es natürlich a glatter durchschuss an den seiten bei einer entfernung von 500 metern wenn die 5 zentimeter panzergranate 38 durch die 5 zentimeter kwk l 42 oder l 60 verschossen wurde und senkrecht auf die oberfläche aufschlug b sicherer durchschuss der frontpanzerung erst auf einer entfernung von 200 bis 300 metern durch die fünf zentimeter kwk l 60 also l 42 frontal keine chance scheinbar am c am 31 mai wurde ein mark 2 matilda infanterie tank auf einer entfernung von 1400 metern durch eine sondergranate rot holladung verschossen aus einem panzerkampfwagen 4 vernichtet also holladung wie gesagt spielt die schussentfernung fast keine rolle das einzige was dabei sich ändert ist der aufschlagwinkel weil wenn die schussdistanz hoch ist muss der panzer 4 seine kanone recht steil stellen und dann wird der auftreffwinkel im ziel auch recht steil sein also dadurch je nachdem auf welche fläche man trifft zum beispiel wenn man auf die turnpanzerung trifft ist der winkel schlechter durch die distanz wenn man recht vertikal auftreffen würde wäre der winkel kleiner natürlich und deswegen die durchschlagsleistung größer für die holladung ansonsten die holladung verliert auf distanz keine wirkung die nicht ein einziger durchschuss wurde bei einem mark 3 durch eine 5 zentimeter patrone egal welche art auf eine entfernung von 700 meter erzielt also der m3 lee aus 700 metern für die deutschen panzer nicht zum durchschlagen mit 5 zentimeter kanone wirkung der 7,5 zentimeter panzer kanone der amerikanischen panzer der m3 lee hatte ja in der wanne eine 7,5 zentimeter kanone a selbst wenn die geschosse im spitzen winkel aufschlugen wurde ein durchschuss an der front der panzerkampfwagen 3 und 4 auf entfernungen von 1200 bis 1400 metern erzielt b die munition durchschlug auch die front des panzerkampfwagen 3 mit zusatzpanzerung in klammer 20 millimeter zusatzpanzerung mit zwischenraum von der normalen 50 millimeter panzerung auf eine entfernung von 500 bis 600 metern glatt also man sieht der m3 lee war ein sehr gefährlicher gegner für die deutschen panzer damals drittens erbeutet deutsche fünf zentimeter panzer abwehrkanonen durchschlugen den panzerkampfwagen 3 mit zusatzpanzerung auf entfernung von fünf bis 600 metern genaue daten werden genaue daten über den amerikanischen panzer können nicht gegeben werden da keine zeit dann weiter der bericht von der 21 panzerdivision gegenstand m3 pilot die frontpanzerung und die panzerung des turmes ist etwa 80 mm dick die dicke der panzerung an den seiten beträgt 40 mm der turm ist gegossen die wanne genietet die wirkung deutscher panzerbrechende waffen die fünf zentimeter kvk kurz l 42 mit der panzergranate durchschlägt die front auf entfernung unter 600 und die seiten auf entfernung unter 800 metern die sprenggranaten sind wirkungsvoll gegen teile des laufwerks also wenn man nicht durchschlägt kann man immerhin den panzer bewegungsunfähig machen dann schreibt er weiter da die wanne genietet ist hat jeder treffer zur folge dass sich die nieten lösen und im kampfraum umher fliegen üblicherweise zeigt uns der gegner während des gefechts steht seine schwach gepanzerte seite die waffenwirkung des pilotpanzers a die 3,7 zentimeter panzerkanone im turm ist sowohl in der wirkung als auch in der genauigkeit eine gute waffe der m3 lee hatte eine 3,7 zentimeter im turm und in der wanne eine 7,5 zentimeter es ist dieselbe waffe die bereits vorher in den amerikanischen panzern verwendet wurde b die genauigkeit der 7,5 zentimeter panzerkanone ist durchschnittlich bis gut die splittergranaten haben eine sehr starke splitterwirkung erfahrungen bezüglich panzerbrechende geschosse liegen nicht vor wir gehen zurück zur operation barbarossa ein bericht von der ersten kompanie panzerregiment 4 kurz vor dem erreichen von dolhosia meldete ein melder der division dass diese stadt durch feindpanzer besetzt sei die kompanie liest daher die gesamten versorgungsteile zusammen mit zwei panzerkampfwagen zwei zu ihrer sicherung zurück fünf panzerkampfwagen drei und einige panzerkampfwagen zwei stießen im zuge der straße vor ein feindpanzer und ein gepanzertes fahrzeug befanden sich in einer getarnten stellung ihre rohre auf die straße gerichtet mitten in der stadt diese fahrzeuge wurden jedoch durch den vorgefahrenen panzer leutnant meyer vernichtet bevor sie das feuer eröffnen konnten hier natürlich spielte eine rolle die beobachtungsmöglichkeit aus dem panzer wie gut sieht man andere ziele wie früh kann man die ziele erkennen also da sieht man die beste kanonen beste panzerung bringt nichts wenn du den gegner nicht rechtzeitig erkennen kannst weitere fünf panzer mit auf die straße gerichteten rohren standen in einem offenen geländeteil links der straße nach ausschalten des ersten panzers drehte der zug führer panzer sein rohr nach links traf und setzte den zweiten panzer in brand bevor er selbst getroffen wurde und ausfiel der fahrer und der richtschütze wurden dabei schwer verletzt in der zwischenzeit näherte sich leutnant moll mit zwei panzer diesen bereich von links und schoss drei weitere feindpanzer ab während der letzte durch oberfeldwebelhauke angeschossen wurde während der durchfahrt durch die stadt stieß leutnant moll auf zwei weitere feindpanzer die mit jeweils einem schuss in brand gesetzt wurden bei der sicherung der stadt gegen weitere feindpanzer wurden zusätzlich noch zwei panzer abgeschossen als sie versuchten das stadtgebiet zu erreichen also man sieht laut dem bericht bruchhafte aufteilung der panzer zwei da dort drei und hier einer und zwei kommen musste noch nachkommen da fällt der koordination und durch das buch vom isaiv dubna 1941 wissen wir dass sehr viele panzer unterwegs ausgefallen sind dann repariert wurden und deswegen halt später nachkommen mussten und dadurch sind auch einzelne das einzelne ausschalten möglich gewesen der sowjetischen panzer jedoch man liest natürlich den bericht von einer erfolgreichen kompanie eine kompanie die nicht erfolgreich war die vernichtet wurde die liest die schreibt natürlich keine berichte und den bericht können wir nicht lesen natürlich deswegen entsteht der eindruck ja man ist wie moses durch das rote meer marschiert und selbst keine verluste durchaus waren verluste da sogar überproportional viele also mehr als in frankreich verloren gingen zum beispiel zustandsmeldung der ersten abteilung panzerregiment 4 wie schnell die anzahl also sie sind beeindruckt wie schnell die anzahl der einsatzfähigen panzer innerhalb weniger einsatztage herab gesunken war und zwar also am 24 juni morgens hatten sie noch zehn panzer vier abends bereits nur acht 34 panzer drei morgens und abends nur noch zwölf übrig 19 panzer zwei morgens und abends nur noch 18 dann am 25 20 juni morgens zwölf panzer drei abends fünf morgens acht panzer vier abends sechs also zwei weniger am 26 juni ich bleibe nur noch panzer drei panzer drei am 26 juni morgens fünf panzer drei sechs panzer vier abends sieben panzer drei sind wohl welche als verstärkung gekommen oder repariert worden und schon wieder zwei weniger panzer vier nur noch vier stück am 28 juni elf panzer drei morgens abends zehn panzer vier bleibt unverändert also innerhalb von vier tagen von zehn panzer vier auf vier der bestand gesunken also mehr als die hälfte ging verloren dann gibt es eine begegnung mit feindpanzer am 26 juni von oberleutnant königstein vom stadtpanzer regimen 4 berichtet wir fuhren nach vorn gefolgt von zwei panzerkampfwagen 3 und einem panzerkampfwagen 2 und umgingen eine minensperre die durch die pioniere rasch verlegt worden war am stadtrand hielt der vorn eingesetzte panzer an um auf einen feindpanzer zu schießen als der erste schuss bereits über ihn hinweg zischte der pionier leutnant und ich verfolgten das feuergefecht der beiden panzerkampfwagen 3 die nach vorn geeilt waren die panzerkampfwagen 3 waren etwas stärker gepanzert deswegen hat man sie nach vorn geschickt vor die panzerkampfwagen 4 das also ich rede jetzt vom zustand 1941 juni 1941 wir konnten jedoch nicht ihre ziele identifizieren weil einige abgeschossene feindpanzer im zuge der straße standen also das ist wieder da sieht man wieder dass auch wenn auf dich geschossen wird man nicht unbedingt auch gleich das ziel erkennen kann wenn zu viele hindernisse im weg sind wir arbeiteten uns vorwärts entlang der rechten straßenseite bis wir auf höhe der feindpanzer standen das feuer unserer panzer schien keine wirkung zu haben weil der feindpanzer hinter einem panzerkampfwagen 2 stand world of tanks lässt grüßen wir stießen auf einen major der 14 panzerdivision der mit einigen soldaten auf der suche nach betriebsstoff war und der auf der straße durch feindpanzer überrascht wurde ein versuch den feindpanzer durch geballte ladungen zu vernichten scheiterte weil nichts gefunden werden konnte diese zusammen zu bringen einzelne handgranaten die geworfen wurden und smk schüsse auf einer entfernung von 15 schritt verschossen auf 15 schritt zeigten keine wirkung schwere maschinen kannone also smk ich schickte einen melder um unsere kanonen feuer zu stoppen so dann wurden handgranaten durch eine offene munitions luke geworfen könnte euch vorstellen wie es wie heiß es in diesem gefecht gelaufen ist die russische besatzung warf sie sofort mit zusammen mit einigen eigenen granaten zurück die aufforderung herauszukommen und das schießen mit einer pistole durch die geöffnete luke in den innenraum des panzers bewirkte nichts die leute haben nicht aufgegeben aussichtslose lage die haben weitergekämpft der kommandant streckte seine blutige hand aus und zog rasch die luke zu müsste mal vorstellen um letztendlich den panzer unschädlich zu machen goss leutnant schück des panzerregiments 4 der inzwischen den panzer von der anderen seite erreicht hatte einen benzin kanister über dem feind panzer aus und entzündete ihn mit einer handgranate der panzer brannte aus das ist eine trockene beschreibung des gefechtsverlauf die aber ein sehr heißes gefecht beschreibt da kann man wirklich sehr viel wenn man ein bisschen fantasie hat da kann man sich darunter dabei vorstellen wie das abgelaufen ist in wahrheit also krass das waren alle schockiert sowie die ich denke die kämpfenden die deutschen waren schockiert und die die dann die getöteten sowjetischen soldaten waren natürlich auch auf adrenalin und wenn er sogar mit einer blutenden hand aus dem panzer greift um die luke noch zuzuziehen wobei die luke natürlich sehr schwer gewesen sein muss das handelt sich scheinbar hier um ein kw panzer weil die seitlich mit der maschinen kanone nicht durchgekommen sind aus 15 schritten und die handgranaten keine wirkung zeigten im t34 wird wahrscheinlich nicht sein t34 hatte eine sehr 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 schwere luke die hätte wahrscheinlich nicht mit einer hand zu ziehen können ich denke das war ein kw warum diese leute so gekämpft haben ist eine politische frage ein bisschen ausblick darauf also wer es wirklich erfahren möchte habe ich in dem video russische revolution teil 1 habe ich bisher nur gemacht könnt ihr euch mal angucken werde ich unter dem video verlinken weil da hat man wirklich da gewinnt man die ahnung wie diese leute davor gelebt haben zur zaren zeit und dann als die sowjetische zeit kam also das ist schon wirklich krass das sollte man wirklich kennen kann ich euch nur empfehlen das sich anzugucken und nur so ist es zu erklären so freunde ich bedanke mich wenn also weitere gefechtsberichte erwünscht sind bitte wieder daumen hoch und video verteilen 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 auf der straße geht es raus auf die straße gehst zum ersten zum ersten menschen den er begegnet sagst hey kennst du gefechtsberichte von panzer 4 hier auf youtube schau mal ich schickte meinen link hier schau mal das anders super interessant und so weiter verteilen 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 ich brauche innerhalb einer woche ab diesem video 1200 daumen hoch dann setze mich sofort wieder an die arbeit zum nächsten video über gefechtsberichte ansonsten brauche ich wenn als weiter gehendes ziel 2000 daumen hoch für ein weiteres video über den panzer 4 über panzer 4 kann man noch viel erzählen das garantiere ich euch wenn es euch also interessiert daumen hoch oder panzer 3 über panzer 3 das wäre auch eine möglichkeit schreibt in die kommentare was euch besser reizt mehr reizt so danke fürs kommen danke fürs vorbeischauen alle links alle quellen wieder in die in der video beschreibung unter dem video und in kommentaren werde ich es auch fixieren am besten und bis demnächst danke für die unterstützung an die leute die mich mit einer bezahlten kanal mitgliedschaft unterstützen besonderen dank ihr seid ihr habt ein extra platz in meinem herzen und bis zum nächsten mal adieu